So, hallo Leute, und zwar habe ich auf Twitter gepostet eine Umfrage, und zwar eine Entscheidung zwischen 4 Spielen, was ich als nächstes auf Twitch aufnehme. Das sollte ein Solo-Projekt werden, kann man vielleicht auch hin und wieder mit Multiplayer-Modus spielen, aber ja, da nicht alle mir auf Twitter folgen, beziehungsweise sehr wenig mir auf Twitter folgen, macht das einmal, ich schreibe das vielleicht auch in die Überschrift rein, oder in den Titel besser gesagt. Und ja, die Auswahl steht zwischen Dark Souls 1, Dark Souls 3, Darksiders 2 und Diablo 3. Ihr dürft gerne natürlich auch bei der Umfrage mitmachen, da seid ihr meine Abonnenten, und die Frage gilt natürlich für jeden. Ich schreibe noch meinen Twitch-Kanal in die Beschreibung rein, und meinen Twitter-Kanal in die Beschreibung rein. Also folgt mir da, und dann wird ihr auch nichts mehr verpassen, und könnt mir auch bei Twitch zuschauen und auf YouTube zuschauen. So, das war's aber eigentlich auch schon zu diesem kleinen Vlog, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Ja, und ja, ich wünsche euch demnächst noch viel Spaß, und haut rein. Euer Slick. Ciao.